Grünen, 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 Grünen! Grünen, Grünen! Grünen, 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 Grünen! Grünen, 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 Grünen! Grünen, 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 Grünen! Grünen, 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 Grünen! Grünen, 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 Grünen! Danke euch natürlich auch mal ein gewisses Dankeschön an meinen Trainer, Rainer Mann, der mich damals in jungen Jahren gefrucht hat und der mich eigentlich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Danke, Rainer. Danke, Möko, danke. Danke, Möko, danke. Danke, Möko, danke. Danke, Möko, danke. Danke, wenn ich heute sage, an meine Familie, meine Eltern, die es damals auch möglich haben, also die, ich bin also gesprucht, zu befreien, damals den Weg nach Kanada zu gehen und dann auch Kölzer machen, die mich gut unterstützt haben. Egal, ob ich hier mal in der Höhe oder in der Tiefen Hand habe, in der Stimme Seite. Danke. Danke an euch. Danke an euch. Auch noch ein Dankeschön an meine neue Familie, die ich hier in Köln gewonnen habe, an Gaby und Tübis und an meine Lebensgefährte in der Becker. Ich danke dir, dass du mit Leni in den letzten Zeiten, oder ich sage die letzten Jahre, mir an die Kraft gegeben hast, dass ich so lange noch auf diesen Heroin spielen konnte. Da möchte ich euch wohl viel danken, dass ihr ab und zu allen Währungen entgegennehmen müsstet, aber wie ihr seht, ihr seid heute dabei und das hat sich genau. Da möchte ich mich entschuldigen, wenn ich mich entschuldige, aber die Leute, die ich jetzt nicht genannt habe, entschuldigen bitte. Aber es gibt dann noch zwei Leute, wo ich mich bedanken möchte, dass es meiner Oma, an die leider nicht hier sein konnte, weil sie zu Hause in Weißwasser nicht mehr so geschminkt zurückgehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.